Hallöchen bei Clash of Clangs. Schau, wie haben wir angegriffen? Wir werden hier nur angegriffen. Aber wir haben gewonnen. Das hat's gar nicht. Update, Update. Sneak Peek Clang kriegt so ein Update. Geben müssen. Hm, können wir was bauen mit dem Geld? Spawn. Kanonen, das ist schlecht. So. Jetzt hat er sich das ausgebaut. Das dauert etwas. Auf diese. Das Geld kann ich jetzt hier nur verbinden. Das ist hier anders aus, oder? Kann man jetzt auch alles vergrößern und verbessern. Aber wo sind denn die Arbeiter? Rundturm. Ok. Schau mal. Hier kann man auch. Große Spawn. Stoßfalle. Schau mal. Schau mal. Schau mal. erstmal geklingelt. Oh man. Aw... Verteile thema. Doppelkom. Was ist das denn? Bis zum nächsten Mal. wo ist denn schon hier? ach so ach du schon ach wir haben ja noch mal da würde ich nicht das würde ich nicht das würde ich nicht aber wer weiß oder was ist denn das? oder was ist denn das? hm gute frage ist hier noch nix mit Zaun können wir nicht bitte doch zwei stück noch boah teuer scheiße aber ist alles teuer eben so oh let's just ein zwei drei Ich kann nur, ne? Schauen wir so. Scheiße, oh Scheiße Kannst du den Weg nicht mal bauen? Oh, warum nimmt der nicht nur einen Weg gegen? Es ist so gut, ich muss die Wände zu kommen Die, die, die zwei da Ah, da nimmt der, ich schaffe Das ist so schön Das ist so schön Das ist so schön Das ist so schön Wenn ich jeden Tag Das ist so schön Das ist so schön Das ist so schön Das ist so schön so wieder abwarten zum nächsten mal ein abo wäre auch super und würde mich riesig freuen